Hallo, herzlich willkommen zu Franzis Küchenwelt. Ich möchte mit euch heute etwas machen, was man besonders gut aus Pause oder zum Beispiel für ein Picknick mitnehmen kann. Und zwar gefüllte Brezenstangen und wir fangen auch gleich an. Ihr braucht 4 Brezenstangen, 200 Gramm Frischkäse, etwas Schnittlauch, Salz, Kräuterpfeffer, ich habe jetzt ein bisschen Cayenne drunter gemischt, eine Paprika, eine Frühlingszwiebel, etwa 3 Essiggurken, 3 etwas größere Radieschen und 100 bis 150 Gramm kalten Leberkäse. Wir beginnen jetzt damit, dass der Leberkäse in kleine Würfel geschnitten wird. Macht sie nicht zu klein, aber sie dürfen auch nicht zu groß sein. Als nächstes werden dann die Essiggurken in kleine Würfel geschnitten. Die Frühlingszwiebel in feine Röllchen. Die Paprika solltet ihr waschen und dann schneiden wir sie ebenfalls in kleine Würfel. Und dann noch die Radieschen, die wir waschen und in feine Würfel schneiden. Gemeinsam geben wir jetzt alles Geschnittene mit dem Frischkäse in eine Schüssel. und würzen das mit Salz und dem Kräuterpfeffer. Solltet ihr den nicht mögen, könnt ihr natürlich auch normalen Pfeffer verwenden. Jetzt halbieren wir die Brezenstangen und dann drücken wir das Innere zur Seite, sodass wir das Ganze jetzt gleich gut mit der Frischkäsemischung füllen können. Solltet ihr das? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.